Ja, liebe Übertragende, ich wollte an der Bauerausi in Oberentfelden beim Motto Mader. Es ist dieses Wochenende Ausstellung. Ich schaue mich da um. Ja, ich habe im Moment kein Motorrad. Ich suche kein Motorrad. So, jetzt in Sickental während der Keller AG. Ich schaue mich da um. So, jetzt geht der Bauerausi noch ein Bier trinken. Wieder bei Motto Mader in Oberentfelden. Jawohl. Ich bin immer noch ein Bier trinken. Amen.